HUM-Schulen sind berufsbildende Schulen in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Mode, Soziales und Kunst. Das heißt, die Schüler bekommen neben einer fundierten Allgemeinbildung auch eine wirtschaftliche Ausbildung und zusätzlich einen Praxisunterricht in den jeweiligen Vertiefungsbereichen. Also wir hier an der HLW 10 sind eine wirtschaftliche Schule mit dem wirtschaftlichen Schwerpunkt, wo wir sehr viel auf die kommerzielle Ausbildung Wert legen, aber auch auf den fachpraktischen Unterricht. Das heißt, bei uns lernt man Kochen, Servieren, man hat wirklich auch die Koch-Kellner-Ausbildung, Kellnerin-Ausbildung. Und zusätzlich haben wir hier im Standort dann auch noch drei Vertiefungsschwerpunkte einerseits, Wellness und Sport, soziale Handlungsfelder und Medienproduktion. Das Schöne an dem Schultyp ist, dass man, wie gesagt, einerseits die Berufsausbildung hat, andererseits die Allgemeinausbildung. Und wenn man sich für die fünfjährige Form entscheidet, kann man im Anschluss dann natürlich auch studieren gehen oder eben, wie gesagt, direkt in die Berufswelt einsteigen. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist auch die Bereitschaft, etwas praktisch zu machen. Das heißt, du brauchst keine Nähkenntnisse oder keine Kochkenntnisse, aber die Bereitschaft ist, das muss dir bewusst sein, dass du dann fünf oder sechs Stunden pro Woche in der Küche stehst. Das ist wichtig, aber das ist auch das Schöne bei uns. Du hast neben dem Theorieunterricht auch einen aufgelockerten Unterricht, wo du dich auch entfalten kannst, wo du nicht immer nur still herumsitzen musst. Ich bin hier an die Schule gekommen, weil ich mich sehr für Kochen interessiert habe. Ich habe schon immer gerne gekocht und das ganze wirtschaftliche und Berufsbildende, da habe ich mir gedacht, da werde ich fürs Leben vorbereitet. Und das hat sich auch bis jetzt bewiesen, weil bei uns steht halt die Berufsbildung ganz an der Spitze. Ich finde, das hat auch in den fünf Jahren bis jetzt auch sehr gut funktioniert. Ich habe sehr viel Neues gelernt. Also mein Ziel nach der Schule ist auf jeden Fall die Lehrausbildung als Hotel-Gast-Gwerbeassistentin. Warum? Diese Lehrausbildung ist ziemlich vielfältig. Das heißt, ich bin nicht nur im Servicebereich tätig, sondern vielleicht auch im Marketing oder Accounting, sogar Zimmerservice. Also ich stehe auf dieser Vielfalt und das gibt mir diese Schule auch. Und das ist auch der größte Grund, wieso ich hergekommen bin. Und das ist auch der größte Grund, wieso ich hergekommen bin.